Okay. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit vernommen. Machen wir mal eine klare Kreuzfahrt. Ich glaube gegen die ganze Energie Nata kommst du gerade nicht mehr an, oder? Ja. Moment. Zerstörer ist einsatzbereit. Sehen wir uns mal um. Prospektor. Kleinkriegpluss. Okay, jetzt kann ich noch zurückziehen. Ein Sammler wird angegriffen. Fähigkeit einsetzen ist auf jeden Fall gut. Sehr gut. Ich habe seine Flotte auf jeden Fall sehr stark geschädigt. Oder von... Keinheiten. Natürlich mein Freund. Da habe ich erstmal nichts mehr zu suchen. Zerstörer ist einsatzbereit. So. Unzureichende Mittel. So, was soll ich denn als nächstes führen? Ähm... Ja, ja, genau. Was sollen wir machen? Zerstörer läuft vorm Stapel. Wir gehen an Land. Unzureichende Mittel. Ihr seid voll repariert. Zerstörer. Ich liebe den Strand. Jederzeit. Man bräuchte... 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 Ja... So was wäre schon manchmal sehr praktisch. kraft so wieviel von den leben jetzt eigentlich noch unzureichende Mittel das würde mich mal interessieren sind die alle weg? da oben sind noch zwei da sind noch Muschleinheiten unzureichende Mittel nur jetzt noch ein bisschen sparen und dann Luftabwerbung Blow-Bot habe ich ja jetzt wieder ein kleines Volk da kleine Fliegelbote Bau abgeschlossen unzureichende Mittel Tragflächenboot! Ich bin bereit! Wird erledigt! Roger! äh, jetzt Orbitalschauer hmmm, passet sich den Orbitalschauer ein will die Insel einnehmen ups äh, verdammt ich habe vergessen skype wegzumachen äh äh, wie jetzt? ist hier noch komplett berge mit? ne, aber irgendwo war da ein so, die Aufnahme sollte wieder laufen ich habe nur versehentlich gerade irgendwo hingeklickt wo ich nicht hinklicken sollte weil mein skype immer noch an war ok jetzt gibt es hier einfach ein paar Blöder jetzt gibt es hier einfach ein paar Blöder die Blöder um zerstört sie! bringen wir es hinter uns Männer! radiert sie aus! boah, wie groß ist diese Anzulatte Neue Bauoption wird gebaut! Reparatur läuft, eine Einheit wird angegriffen! Lässt mich hier echt auch gar nicht an Land kommen das ist unglaublich! Frühstück! schöner Tag heute! Jep! ahja! das ist die Supermagnetischen Satelliten wieder Bau abgeschlossen Einheit verloren Ausbildung Amüsieren wir uns! Sehen wir uns mal um Ausgezeichnete Ideen! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Reparatur läuft! Reparatur läuft! Alle mal herhören! Hauptgeschüß bereit! Ausbildung Hä? Javelin Einsatz bereit! Javelin Einsatz bereit! Apollo hier! Wer will mit mir spielen? Javelin Einsatz bereit! Der Himmel sieht gut aus! Und los! Javelin Einsatz bereit! Wir sind startklar, Mann! Javelin Einsatz bereit! Natürlich mein Freund! Javelin an Deck! Ich gehöre Ihnen! Kann ich auch bei dir reparieren? Das müsste funktionieren! Präzisionsangriff bereit! Bau abgeschlossen! Zumindest sofern die Reparaturbots von jeder Basis nicht ausgereizt sind! Jede Basis hat drei Reparaturbots! Maximal können drei Einheiten gleichzeitig repariert werden! Bin bereit! Oh! Wird gebaut! Wird gebaut! Oh! Wenn der Brotter ist wieder einwärtsgelagt! Hörer! Oh! Hörer! Verteidigst du mal ganz kurz die Basis? Ich versuche in der Zwischenzeit mal die Erdraffinerie da hinten irgendwie einzunehmen. Ja, ich versuche gleich die nach oben einzunehmen. Und dann nehme ich nebenbei noch die beiden Ölraffinerien auf der linken Seite rein. Dann brauchen wir erstmal ein paar Dretter. Ich darf ja wenigstens inzwischen... Heißer, mit denen alles gebaut. Brauchst du irgendwas? Natürlich, mein Freund! Hey Mann, du zerkast mein Boot! Ja, meine Eintracht hat angegriffen. Machen wir mal eine kleine Kreuzfahrt. Unzureichende Mittel. Zerstörer läuft vor dem Stapel. Das Radar leuchtet auf. Uh, der wirft aber einiges uns entgegen hier. Ja. Jetzt! Machen wir mal eine kleine Kreuzfahrt. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Die Stift geht nicht unter! Nicht unter meinem Befehl! Was liegt an? Zerstören auf mein Befehl, meine Eintracht. Danke für den Satelliten. Verstanden, Steuermann! Hermüsieren wir uns! Okay. Ich brauche hier mal einen Ingenieur. Und... ...ehh... 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 ...ein weiterer Prospektor. Meine Panzer haben keine Chance gegen meine Dreadnoughts. Äh, jemand Akula-Bulocken. Bitte. An diesem Schiff kommt niemand vorbei! Wenn du schon Dreadnoughts hättest, wär toll. Dreadnoughts hab ich jetzt gleich. Ja, ich könnte auch schon Flugzeugträger bauen, aber... ...ich... ...hab so eine... Mein erster Dreadnought ist gerade eben fertig geworden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Warte jetzt. Was liegt an? Jep! Was sollen wir tun, Commander? Ich schick mal... ... ein Tragflächenboot und zerstöre die ein bisschen beschädigten wieder zurück. Tragflächenboot! Warten auf Befehle! Was sollen wir tun, Commander? Soll ich mich ein bisschen... ...und... 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 ...schließen Sie das Feuerwerk. Ich fang schon mal an, ihre Basis ein bisschen zu bombardieren. Pff... Äh... Kann ich... ...ähm... ...richtung... ...Find drücken? Das kannst du schon machen. Amüsieren wir uns! Warum muss ich nicht meine Flotte... ...richtung... ...Find aus... ...kicken? Ja... ...ja... ...hier sind schon wieder halschefasse gedrückt. Immer diese Sache mit den Ferschentasten... ...und... 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 ...ich mach das immer mit meinen Fliegern. kann ich nämlich immer super koordinieren wenn ich die auf irgendwelche tasten lege und dann habe ich auf der 1 meine jäger und das wird nämlich schon mal dass ich meine einheiten also ich hab ich hab derzeit meine augen auf der 1 meine luftabwehr also meine und meine drei ich habe das kaffee nicht meine rettung auf die zwei belegt weil ich heute noch gebaut habe und alle ausgewählt und dann habe ich die 9 aufwählen unser stützpunkt wird angegriffen kommst du mit dem klare ja jetzt sind der größte tatsache die ok ich glaube ich zahle auf mich geht das dann erst recht sattelitenüberwachung bereit position wählen unzureichende mittel und mit dem geschickten einsatz meiner fähigkeiten also von den von meinen U-Booten dann gehen die erst recht schnell unter wird gebaut unser stützpunkt wird angegriffen man deckt das auf ach komm nicht und die hat nicht aufgedeckt worden reparatur läuft eine einheit wird angegriffen ja 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 einheit verloren ah nee keine dritte einheit aber ja ja wir sind noch nicht fertig Was sollen wir machen? Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt hört man wieder Digimon Musik. Die Feststation besetzen. Wir werden sieben. Versinken sie. Stechen wir in sie, Männer. Neun Kurs setzen. Wasserbomben abwerfen. Kaputt, kaputt. Okay, was ist das nächste? Vorsichtig. Wird gebaut. Okay. Meine Redmots. Haben schon mal sehr gute Arbeit geleistet. Auf geht's. Beste Schifterflotte. Zerstöße das Umbruch. Natürlich mein Freund. Schaltet ihre Kanonen. Ich kann einen empfinden, die sich nah gegen meine Flotte anrichten. Anrichten. Satellitenüberwachung bereit. Naja, nicht mit dem Magnet. Komm, bewegt dich. Ausbildung. Scheiße, das war dumm. Was fliegt an, Coach? Ah. Falsche. Falsche Maustaste bedrückt. Okay. Ich bin mal gespannt, ob der bis dahin durchkommt. Da sind ein Haufen Schiffe unterwegs. In der Richtung. Sehr schön, meine Dreadnots schießen. Und der macht's nicht. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Danke für das Geld. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Ich gehöre Ihnen. Ich kümmer mich darum. Nein, nein, das Brett noch nicht. Zeitbombe bereit. Präzisionsangriff bereit. Geben wir Ihnen, was Sie verdienen. Ich zerstöre mal, äh, vier Marine-Barsen. Also zwei von den vier, die die haben. Oder sonst noch mehr. Auf jeden Fall habe ich da mal ein paar Sentries in die Richtung geschickt. Ja, was meinst, was ich gerade mache? Mein Dreadnots. Noch mal zwei seiner Marine-Barsen zu stören. Okay, ein Sentry hat einmal runtergeschossen. Die restlichen drei sind noch am Leben, aber zwei Marine-Barsen weniger. Oh, und ich habe sogar den Bohrturm erwischt da hinten. Sehr schön.